Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Heute wage ich mich doch mal an das sensible Thema verregneter Sommer heran. Sie wollten bestimmt schon seit den letzten Wochen entspannt auf ihrem Mähdrescher oder Traktor sitzen und ihre Ernte nach Hause fahren. Jedoch hat das Wetter vielen Landwirten einen Strich durch die Rechnung gemacht. In den letzten Monaten, aber auch wieder besonders in der letzten Woche, hat es erhebliche Niederschlagsmengen in vielen Teilen von Deutschland gegeben. Besonders Thüringen, Sachsen-Anhalt, um den Harz herum, Berlin-Brandenburg haben am letzten Dienstag 60 bis circa 115 Liter Regen binnen 24 Stunden bekommen. Und sie wissen selbst, dass derzeit nur ein paar Gerstenflächen abgedroschen sind und an sich das Gros an Raps und Getreide noch auf dem Halm steht und somit die Lage doch sehr spannend wird für die nächsten Wochen. Wie diese Pfütze das hier andeutet, sind viele Böden richtig wassergesättigt. Die nutzbare Feldkapazität von 100 Prozent sind erreicht. Ein Sandboden erreicht sie natürlich schon nach 90 Liter Regen und Schwarzerde beispielsweise nach 240 Litern. Somit ist auch die Tragfähigkeit schwierig, die Befahrbarkeit oft nicht mehr gegeben und die Ernte wird eben interessant. Aber machen wir uns doch mal Gedanken über die doch bald bevorstehende Rapsaussaat. Einige wollen in zwei, drei Wochen damit anfangen und die Böden sind halt immer noch so stark gesättigt. Und was sie machen können auf diesen nassen Böden, darum geht es jetzt. Die Zeit für die Ernte, die Bodenbearbeitung, aber auch die Strohverrottung ist in diesem Jahr sehr knapp und begrenzt. Wir befinden uns ja auch schon Anfang August. Also es ist wichtig, dass kurze Stoppeln gemäht werden. Der Boden so schnell wie möglich aufgerissen wird, so dass genug Sauerstoff hineinkommt zum Ablüften. Das Aufreißen geht am besten mit schmalen, tiefen Scharen. Das nicht immer auf allen Böden, besonders nicht auf schweren Böden funktioniert, weil dann Kluten herauskommen. Wichtig ist, wenn der Ober- und Unterboden richtig feucht ist, den Boden nur so flach wie möglich zu bearbeiten und dann aber unbedingt Schadverdichtungen zu vermeiden. Wenn Sie dann noch häufig Tiefenmeißel oder Fahrgassenmeißel eingesetzt haben, dann überlegen Sie dies ja nochmal, ob das sinnvoll ist, weil die besonders unter diesen feuchten Bedingungen neue Schadverdichtungen in einem tiefen Bereich erzeugen. Als letzten Punkt möchte ich kurz die Nährstoffverluste durch das Fehl im Wasser ansprechen. Besonders Kali und Kalzium können auf leichten Böden jetzt ausgewaschen sein. Denken Sie über eine spätere Düngung im Herbst oder früher nach. Haben Sie Fragen zu den bevorstehenden Maßnahmen und Ihren neu angepassten Herbstplänen, so können Sie uns gerne anrufen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche mit ganz viel Geduld. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.